Das war so nicht abgesprochen. Muss man die Karte zufällig oder kann man auch spezifische Karten wählen? Nein, es gibt nur zufällig. Ja. Okay, weil damals konntest du auswählen, welche Maps du wollt hast. Das stimmt, aber damals hatte ich glaube ich nur drei Maps, ne? Und die haben vor allem jetzt so eine Rotation halt eingefügt. Das ist halt so, boah. Also die Rotation jetzt hier gefällt mir relativ gut. Die letzte Woche war nicht so geil. Also, da war viel diese tropische Karte. Hier Erangel finde ich ja gut. Und überarbeitet die nicht auch gerade Karten? Ich mag die Wüsten. Ja, die ist super. So, bitte hier. George Pool. Oder Polyana. Oder Manson, da gibt es auch Loot. Eigentlich, aber das ist ganz schön weit, glaube ich. Oder wir machen mal die richtige Camper-Taktik und wir droppen irgendwo hier und schnappen uns ein Auto und fahren dann weit. Ja, dann lass doch das Auto in Richtung Zaki hoch. Oder das ist ja Bernie. Ja, wir könnten dann auch halt hier zum Beispiel in, äh, da hin dann in die, in George Pool weiter weg. Ja. Oder Pralinchen, was sagen, was sagen sie? Na, wenn ihr sowas machen wollt, dann lass uns lieber, ähm, hier Richtung Ferry Pier, das sind immer Autos, und dann Richtung Milka fahren. Dann mach mal einen Punkt, ja. Wo? Wo willst du? Da willst du runter? Die Straße lang? Ähm, dann drücke ich mal bei dir auf, kann ich gar nicht, oder? Wieso kann ich bei dir nicht folgen drücken? Weil ich dir folge. Äh, und wann muss ich raus? Ähm, hier? Das war ein bisschen früh, weil die Entfernung ja noch ziemlich groß ist. Achso, du hast hier gesagt und ich hab rausgedrückt. Achso, Entschuldigung. Achso, du hast es markiert. Ähm, äh, F. Alles gut, ist egal. Ich glaube, wir schaffen es sogar ganz gut. Hier war ganz gut. Wir müssen ja nur parallel zur Straße kommen, oder? Wir können auch Ferry Pier ein bisschen looten, wenn da nichts ist, und dann quasi, ähm... Ich seh' ein oranges Auto. Jaja, oder wir grabben, aber eigentlich, guck mal, wir müssen eigentlich gar nicht. Mein Völlschirm ist auf. Wir sind hier alleine. Ich kann das nicht mit diesem extrem weit fliegen. Also ich krieg das nie hin. Du musst... Nur vorwärts. Dann musst du folgen. Äh, hinter uns. Ich mach bei dir. Du folgst mir noch? Nee, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Achso. Drückst du die ganze Zeit den Stick nach vorne? Äh, ich drücke W nach vorne, ja. Ähm, Falle? Nee, das ist nicht richtig. Weil wenn du nämlich nach vorne drückst, dann... Im... Fast fliegst du mit dem ganzen Speed einfach nach oben. Äh, nach unten. Du musst so schwingen, so schaukeln musst du. Ah. Hm. Gut, wenn der... Wenn der Random nicht will. Sollen wir dich da abholen, wo du bist? Oder wo... Wo bin wir jetzt? Und 2er Auto, Marv. So, ja. Hehe. Aber hier ist ein 4er. Marlinchen, wir können umsteigen. Ja. Ich hole bei dir, Brandy. Wow. Oh mein Gott, ich hab schon Marv gesehen, wie er an diesem Ding hängen bleibt. An diesem Betonpfeiler. Oh, guck mal, wie geil... Das hab ich schon gesehen. Wie geil Müll da bitte ist. Komm auf die Karte. Hm. Das stimmt. Ah, Traum. Hier stehen, Alter, wie viele Autos hier bitte? Ich hätte gerne den orangenen Flitzer. Jetzt nochmal umsteigen? Ja, ich will auch fahren. Danke. Hey, du kannst doch mit dem fahren. Vielleicht will ich auch mit dem fahren? Ja, doch, aber dann könnte mal jeder ein Auto haben. Ach, das ist ja dekadent. Das ist ja dekadent. Ach, komm. Nee, hör auf jetzt. Wir wollen den eigentlich. Ja. Nicht jetzt hier zum Looten auf die Insel. Ja, letztendlich können wir auch Milizonen, aber nicht Milizonen. Nee, nee, alles gut. Wo fährst du jetzt hin? Achso, die Straße entlang. Mhm. Okay, dann kann ich an Schluss trinken. Naja, brauch ich nicht. Ja, ja. Uuuuh. Das sollte so? Mhm. Das war die Staube? Ja, sagt gut aus. Brandy hat den Orangsteinflitzer in den Lambo verwandelt. Wie? Ja. Ja, ja. Also, mit dem Controller geht das LB und dann X. Cheat also. Also, das ist eine Tastenkombination. Ich habe auch einen Skin, aber leider nicht auf dem PC, sondern auch auf der Konsole. Aber ich habe einen viel gealleren Flitzer als so einen Lambo. Wo ist denn der Angstgriff? Wo ist denn der Angstgriff? Nochmal eine Schraube, noch eine Schraube und weiter geht's. So fährt man. Mhm. Ja. Ja, ja, wenn man die Karte kennt, kann man auch ein bisschen ein paar Einlagen einbauen, weißt du? Ja, Entertainment ist alles. Ich meine. Ist so. Ja. Alles in deinem Stream. Ja. Ja, guck mal jetzt, was ich jetzt mache. Ihr habt nicht so viel Spaß, wie wenn ich dabei bin. Oh, jetzt. Hast du gesehen? Ja, wow. Auf zwei Rädern. Wow. 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 It's amazing. Als ob du das jetzt konntest. Guck mal. Ich brauche jetzt Heilung. Na, du hast kein bisschen Leben verloren. Na, aber guck mal. Ich brauche ein ganz kleines bisschen. Können wir jetzt looten? Ja. Also ich finde, ich bin großartig. Du hast das super gemacht. Wie letzte Runde. Du warst großartig. Ja. Kein Leben verloren, Spaß gehabt. Beim Fahren. Du hast mich direkt zur Vektor gebracht. Siehst du, das kommt auch noch dazu. Und wo ist der Dank? Wo ist der Panikknopf? Ich hab Panik. Ei, ei, ei. Na ja. Bin erstmal durchgeschwitzt. Guck mal, da kommt die Rentner mit Hupen. Das ist, das ist das, was Sturbi macht als Entertainment. Hupen. Ist er über den Stacheldraht drüber gefallen? Ich hab extra echt ein Auslicht. Oh Mann, 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 Mann. Mist. Ich sammle hier schon wieder für alle, für alle knarren und hab immer noch eine Pumpgun mit Magazin. Was ist denn los? Mit ein bisschen. Ein Hut. Brauch einen Hut. Komm so rein. Geh weg mit der Granate. Gibt's ja wohl nicht. Ach, Mann. Das ist ein Hut. Guck mal, neben dir. Ich bin für den Hut. Ja, nimm ihn. War schon ein Schuhi nicht. Ich hab einen. Danke. Waren zwei. Immer diese Raucher hier in den Lokalen. Ah, schlimm. Schlimm. Meinst du jetzt bei mich? Nein. Nee, alles gut. Oh, Brandfanne. Irgendjemand hat hier eine Rauchgranate gezündet in der... Brandfanne? Ja. Wie viele Koffer hier liegen? Ui. Wenn Marv kocht, dann brennt gerne die Küche. Das ist nicht... Das ist... Das ist so nicht... Also... Also... Na komm, versuch dich raus, ist okay. Nee, es ist so schlimm, ist auch nicht. Also... Was? Muss nicht immer renoviert werden, wenn ich gekocht hab. Marv kocht nicht, deswegen kann er keine... Oh, tatsächlich doch. Hm. Hm. Also... Es hält sich eigentlich ganz gut, die Waage. Also es... Mhm. Das passt schon. Wie geht's eigentlich deinen... Deinen... Euren Tintenfisch? Ähm... Gut. Gibt wieder Worte. Also kommt ganz nach... Mir wahrscheinlich. Okay. Keine Ahnung. Nee, nein, sie ist... Sie ist in einem coolen Alter, das macht Spaß. Wie alt ist sie jetzt? Äh, dreieinhalb. Also es gibt auch... Es ist halt wie immer. Es ist halt in Phasen, aber... Sie entwickelt halt jetzt ihren eigenen Kopf und ich find's cool, aber es ist auch belastend. Ja, hm. Hat Vor- und Nachteile. Naja, ich bin schon stolz auf sie, wenn sie argumentiert, auch in der Kita. Ähm, aber ich weiß, dass das nicht alle so cool finden. Ja. Ja, was soll man sagen? Ja, und sie ist halt eine Pätze und eine Besserwisserin, was soll ich sagen? So wie der Papa. Nee, aber ich glaube, das ist auch ganz normal für Kinder, weil die lernen halt was. Und wenn jemand dann aus dem, ähm, nicht das so umsetzt, wie sie es gelernt haben, weil sie glauben halt, das, was sie gelernt haben, ist der einzige richtige Weg. Und das ist ja auch erstmal per se nichts Falsches. Aber wenn andere das dann anders gelernt haben und das dann anders machen, dann, ähm, ist sie der Meinung, dass sie das korrigieren muss. Nun, naja. Es ist, ich finde es eigentlich ganz niedlich, aber es kann halt für andere durchaus auch belastend sein. Darf man nicht zu überbewerten, finde ich. Gut. Nö, aber sonst alles, alles in Ordnung. Die liegt uns in den Ohren, dass sie ein Fahrrad will. Ich so, du bist dreieinhalb. Ja. Ich will ein Fahrrad haben. Ich so, du bist dreieinhalb. Ein Dreirad? Nee. Sie, sie, sie ist einfach gelangweilt von ihrem Laufrad. Das, das ist so, ja, das Thema. Mhm. Mhm. Ja. Aber theoretisch könnte man so eine Art, äh, so ein Dreirad kaufen, wo man dann die Räder nur abnimmt und dann hat sie ein Fahrrad. Wäre dann... Oh, hier steht der Lambo. Schick in weiß. Äh, ja, natürlich haben wir drüber nachgedacht, aber das ist eigentlich... Ja, so, ne? Oh, ich hab acht Koffer. Ähm, sie hat, ähm, sie hat, ähm, sie hat eher noch nicht so lange das Laufrad, aber sie ist gelangweilt von dem Laufrad. Also es ist so... Okay. Sie kann ruhig erstmal noch das Laufrad benutzen, ne? Mhm. Und hat halt jetzt nicht bald Geburtstag, das heißt, das wäre halt auch eine relativ große Geschichte außer der Reihe und das ist eigentlich auch doof und, naja. Mhm, okay, okay, okay. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir es machen wollen. Mhm. Ich hätte noch einen neunten Koffer. Möchte noch jemand irgendeinen Koffer haben? Jetzt schmeiße ich die jetzt hier gleich weg. Wer war das denn? Ich war's diesmal nicht. Marth? Äh, egal. Ich hab vorhin noch zu Sturmy gesagt. Ich hab vorhin noch zu Sturmy gesagt, so nach dem Motto, aha, schade, bist du nicht über die Stacheldraht gefahren. Hat's denn dir irgendeinen Damage gemacht? Nee. Mhm. Den bin ich nur verjagt. Oder nee, nämlich mit diesen Idioten will ich ja nichts zu tun haben, danke. Nimm mich in einem Lambo mit. Boah, hat mich echt abgeholt. Jeder hat hier einen Lambo. Oh, wir haben zwei Lambo's. Ach, was. Jeder hat hier einen Lambo. Jetzt standen noch ein dritter und vier. Das ist schon ein bisschen... Äh, was ist mit Sturmy? Sturmy ist ein Auto? Ja, ne? Der hat auch einen Lambo. Aha. Ich will auch einen Lambo. Ich will auch einen Lambo. Hier, hier, Lambo, 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 Lambo. Ja, mach mir auch einen Lambo. Mach mir einen Lambo. Komm. Das klingt so weird, ne? Hast du jetzt einen bekommen? Ja. Das ist cool. Der hat mich verstanden. Wo fahren wir denn hin? In die Zone. Hier steht ein Lambo, der ist irgendwie... Hier, vielleicht? Ist er falsch eingeparkt? Ja, der heckt da hinten. Ja, wer ist denn da so reingefahren? Es ist schon ein bisschen geil, ne? Also... Ich wette, wir sterben jetzt alle so dermaßen. Es wäre so egal. Wir sind hier einfach mal alle mit dem Lambo unterwegs. Ich liebe es. Ich bin hier nicht hoch. Oh, oh. Nein, ich bin hängen geblieben. Ich brauche Hilfe. Mal auf, kannst du mal... Erste Hilfe machen. Kannst du mein Auto ein bisschen wegschubsen? Ja, der macht schon. Alter, wie sehr, wie sehr einfach... Oh mein Gott, jetzt ist er auch hängen geblieben. Oh mein Gott, jetzt muss man was passieren. Oh Mann, ist das ein Trauerspiel. Los, schubs uns auseinander. Reicht es schon? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Spiel wir GTA oder Spiel wir PUBG? Was ist das hier? Jawollo. Oh nein. Oha. Strumi, warum? Strumi, einfach mit seinem Billigauto. Oh nein. Der hat das Stock-Car genutzt. Ja, aber jetzt... Also... Jetzt haben wir den Salat. Aber es... Ey, Mann, wo kommt sonst... Mann. Ja, fahr mich an, ey. Was für eine Session hier. Sag nein, jetzt. Nein, der macht Auto klar für mich. Guck. Wir haben ja Zeit jetzt. Ich hoffe, da gucken uns Teams gerade irgendwie über den Scope zu oder sowas, was wir hier für einen Mist ansteigen. Komm, du schaffst es. 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 Jawoll! Nein! Ich mach jetzt auch. Es geht mit dem Auto, alles. Ich hab einfach nur Angst. Nein! 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 Ist hier schon ein Team mittlerweile am Start. Mal gucken. Oh mein Gott! Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ah, nice. Nice try. Nice try. Wir könnten auch einfach den... Das kannst du keinem erzählen. Was habt ihr so einen PUBG gemacht? Oh, wüsst du, wir haben so ein bisschen mit den Lambos durch die Gegend und ich... Ähm, ja, keine Ahnung. Ich droppe jetzt hier Koffer. Ich droppe jetzt hier Koffer. Brauche ich immer noch einen Zweier-Helm? Ich brauche einen Lambo. Oh, vierfach. Okay, try to... Äh, ich meine... Los, try... Oha, der hat mich jetzt einfach geblendet. Foto! Looten! 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 Marv ist der... Loot... Loot-Profi. Oh! 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 Alter, das war knapp! Oh mein Gott, nein! Ich brauchte noch... Ich brauchte noch einen Stock. Äh, Auto kommt. Oder seid ihr weitergefahren? Ne, ne? Warte mal. Ne... Naja, doch, wir fahren. Warte mal, lass mal hier, den hier. Hier ist ein Jeep, hier ist ein Jeep, hier ist ein Jeep. Hier ist ein Jeep in unserer Nähe. Oder unten? Da unten sind wir... Ja, ja. Wir waren... Wir waren laut genug. Jetzt müsst ihr so weit kommen. Habt ihr die? Ich bin weggefahren, ihr könnt ihn holen. Da ist keiner tot. Okay, 30 Sekunden. Ja, bei Gelb? Ja, ja, bei Gelb. Bei Gelb sind mehrere. Zwei Teams. Da ist einer im Ghillie. Mhm. Gehittet. Und der geht voll... Der geht voll YOLO. Am Stein auf Orange. Am Stein auf Orange. Oh, die haben ein bisschen Panik denn. Wir müssen gucken, dass uns hinter... nicht niemand in den Rücken fällt, ne? Zone läuft, Zone läuft, Zone läuft. Wir haben jetzt kein Auto mehr, oder? Nope. Oh, Scheiße. Nach unten. Oh, ich würd unten lang probieren. Haben wir jetzt alle Autos ruiniert? Wirklich? Haben wir's geschafft? War nur zwei. Und er ist mit dem dritten abgehauen. der... 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 der ding funkt? Ja, jetzt ist er tot. Okay. Ich hab's geschafft. Ihr auch, ne? Oh mein Gott. Ach weil hier ist auch einer an dem Auto, an dem Lambo, ein Gilly, ach den hab ich nicht gesehen. Ja komm, ich seh die auch nicht. Ich mach echt Schluss, das reicht. Wir müssen doch einfach nur eine 5-Nymphziege-Runde spielen, ohne wo Granaten geschmissen werden. Das ist so unbalanced, das Spiel. Ach quatsch, das hat der Dame nichts zu tun. Doch. Wir sind da gar nicht konzentriert, wir haben nur Blödsinn gemacht. Ist so. An manchen Begegnungen muss man nehmen, wie sie kommen, ne? Der Typ war doch cool. Ach ja, der hatte bestimmt auch seinen Spaß. Also das denke ich auch. Mhm. Und dass irgendwann irgendjemand auf uns aufmerksam wird, wenn wir da nur so'n Blödsinn machen, war ja auch klar. Ja, klar. Ähm, geh mal in die Check. Da vorne seh ich's nämlich noch in der Zone. In das kleine Gebäude links gerade. Ja, ja. Ich hab Angst, dass ich von der Schule aus geschossen werde. Warte mal. Der. Oh, Koffer. Oh. Ich hab sogar meinen Zweierhelm ausgetauscht gegen den Eins. Hahaha. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist... Warte. Warte. Warte an auf der Bahn. Also da war der eins da. Hahaha. Der lag neben dem Helm, neben dem Koffer und ich hab's statt dem Koffer. Ich... Also... Also... Das ist wirklich... Das ist wirklich... Statt den... Statt den... Statt den... Statt den Koffer zu nehmen, hab ich den Zweier... gegen den Einserhelm ausgetauscht. Hahaha. Hahaha. Da bin ich auch noch so stehen geblieben, dass ich auch ja beschossen werden kann durchs Fenster. Hahaha. 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 Schön. Ach, Stummi ist schon ausgelockt. Okay. Hahaha. Ach, herrlich. Guck mal, ich hab vergessen zu gehen und entschuldigt. Alles gut? Ach, das war ja nett. Oh mein Gott. Ein würdiger Abschluss. So. Ist aber auch, wenn der Wurm drin ist, wa? Also... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wir hatten schöne Autos. Wir hatten schöne Autos. Absolut. 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 Oh. Doch, es war schon... Für die Runde hat's gereicht. Ist so. Nächste Runde müssen wir das nicht mehr machen. Dann machen wir wieder einen anderen Quatsch. Nein. Ja, aber... Der Random wollte das auch so. Also... Ja, genau. Der hat den Braten durchaus gerauchen. Aber nicht Arakin. Oha. Oh, das... Das macht doch Spaß. Uff. Aber hier hast du auch das Spotting-Problem nicht. Also... Was ist das denn für eine Map? Das ist... Eine der kleinsten Maps. Eine Wüsten-Map. Ah, du springst auch nicht so hoch ab. Ich finde die Vulkan-Map übrigens auch sehr geil. Die macht mir auch viel Spaß. Paramow. Weißt du so, ja? Ja. Die finde ich auch super. Ja, geht schon. Das sind halt... Das sind halt schnelle Runden. Das ist so... Keine Ahnung. Das sind halt schnelle Runden. Die gehen halt... Du bist hier, glaube ich, nur mit 64 Leuten unterwegs, glaube ich. Ja. Maximal. Und dann... Da willst du hin, wirklich? So dicht? Okay. Weil man... Man schafft es ja auch im Prinzip einmal über die Karte, ne? Ja, aber dann müssen wir nicht so viel laufen. Weil wir dann schon ziemlich gut zentral sind. Ich meine, wir können auch hier hingehen. Wer wirft man hier mit Dreck? Nur weil es... Nur weil es dicht... Nur weil es dicht an der Flugroute ist, heißt es nicht, dass die Leute... Also die meisten Leute fliegen weiter weg von der Route. Ja, mach ich auch. Ja, siehste. Das heißt, genau auf der Flugroutenlinie ist nichts. Hm. Und na dann? Wir nehmen das hier. Da ist ein bisschen mehr Gebäude. Ja, 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 ja. Ein bisschen mehr Loot. Also Loot ist hier sowieso so ein Thema. Ich habe das Gefühl, man braucht nicht so viel Loot. Guck mal, du kannst... Entschuldigung. Du kannst hier jetzt schon rausspringen. Machen wir das? Ja, ja, ich bin schon raus. Okay. Aber weißt du, die pixelig ist denn die Map? Ist die bei dir auch so pixelig? Äh, ja, die rendert halt erst nach. Pfff... Ich gar nicht. Oha. Ja, die rendert halt erst nach. Ich lande auf jeden Fall... Als Erste. Das ist richtig. Ah, die drehen ab. Ja. Oh nein! Na gut, du bist ja ziemlich nach mir. Gesprung. Weg, du. Alter, irgendwie ist das hier voll pixelig bei mir. Hm. Wie geht's? Mal ganz kurz gucken. Wo ist mein... Nee, mein PC ist... Ist ruhig. Puff, puff. Äh, 416. Möchtest du? Äh, nee. Alter, was ist... Hey, warum? Das sieht so kursch hier alles aus. Noch eine 416. Ja, gut, dann nehm ich sie. Ich hab ne... Ich hab ne Skal. Hier ist ganz viel Moni. Und 416. Hat die Vector nur 19 Schuss? Äh... Ja, ohne Magazin schon. Genau. Deswegen ist... Das ist furchtbar. Aber mit hat sie 35. Mhm. Ah, du bist hier schon durch, okay. Ist noch irgendwas zu holen, was man mitnehmen sollte? Möhm. 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 Hier 36. Du hast doch keine Bodyweste anmacht. Das ist richtig. Ich hab die 1er liegen lassen, ne? Ja. Ist so typisch. Ich dachte, ich hab schon eine, dann hab ich wieder keine. Ich hab nur ne, äh, nur ne Vector. Ich hab nur ne M4. Ich hab keins. Doch, ich hab die zweifach. Probier doch mal. Hast du schon mal probiert? Probier doch mal die. Oder hast du schon mal probiert? Hab ich schon mal? Ich würde statt, statt der Vector, weil ich finde die viel besser als die Vector. Und du hast von Anfang an, äh, schon ohne erweitertes auch mehr Munition. Ich hab noch nicht mal ne Weste, what the fuck? Dann machen wir das so, dann nehmen wir nämlich die M4 als... Nein! Scheiße. Was denn? Ich bin runtergefallen vom Dach. Ach so. Das ist ein Medikit. Ich hab für mich keinen. Ich weiß nicht, wie das mit dir aussieht. Zwei und drei Getränke. Wollte auf die Kiste klettern, bin erstmal ganz geschmeidig drüber geslidet. Hier ist ein Helm und ein Schild, aber das brauchst du wahrscheinlich nicht. Okay, wir sind eigentlich ganz gut. Ich würde... Was wollen wir machen? Wollen wir eher ins Zentrum, oder wollen wir eher hier außen gucken? Halt, da steht einer. Hä? Da. Okay. Sind wir dir sicher, dass da einer steht? Nein. Oh mein Gott, ey. Hast du... Hast du auch drauf geschossen? Ja, ich hab aber noch einen Rotpunkt, deswegen... Oh, jetzt werden wir beschossen. Da ist auf jeden Fall oben was. Ja, zwei Leute. Ich hab auch nur einen Zweifach. Oh mein Gott. Ich hab auch nur einen Zweifach. Ich hab auch nur einen Zweifach. Oh mein Gott. Da. Jetzt läuft er rüber. Ist er da. Oh, ich bin so schlecht auf Entfernung. Nockt. 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 war genockt, jetzt ist er tot. Okay, warte, 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 hier ein anderes Team kommt jetzt von rechts. Jaja, ich bin nicht da. Ich hatte ein bisschen was kassiert, tschuldigung. Ruhig, 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 ruhig. Hast du das? Tot? Tot oder locked? Tot, 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 der war alleine. Okay. Oha, der ist nämlich weg. Und 2er Team? Dort. Warte, ich muss kurz fallen. Läuft, läuft quer. Jaja, ich sehe sie. Aua. Nein, 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 nein. Ich krieg von hinten. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo bist du, wo bist du, bist du? Die sind von der Halle. Ja, ich sehe zwei. Ich sehe zwei. Oh, 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 oh. Brauchst du Hilfe? Naja, schon, aber... Ich hab die zwei gesehen. Die sind einfach hier weg. Die waren da. Die sind einfach nur weg. Okay, wo willst du lang? Wieder zurück. Ins Dorf? Okay, alles klar, let's go. Ja, ja, der ist ja auch Zone. Erstmal Hardcover. Da stehen trotzdem noch zwei oben. Erstmal Hardcover. Zwei oben da drüben. Ja, schön zickzack laufen. Ja, die schießen nicht auf uns, die haben ein anderes Team. Die alten Augen, ja, die sind Asparu halt, die Augen. Die sehen nix mehr hier, außer hier, die können mal ein bisschen schwarzen Pixel erkennen irgendwie. Ich hab'n, äh, Holo. Ah ne, ich hab'n, äh, Zweifachlippich. Okay. Ich hab'n Dreifach bekommen. Okay, gut. Ich hab immer einen. Wieso hast du den Abblendmodus drin? Hab' ich das? Ja. Keine Ahnung. Ob ich wüsste, was ich hier tue. Für alten Mann, das ist der alte Mann Modus. Normalerweise ist ja, wenn dieser Bombenregen ist oder sowas, ist das ne rote Zone und bei dir ist sie lila. Ja, das ist hier ein anderer Artikel. Deine Smokes. Hm? Und deine Smokes sind auch lila. Das sind Skins, glaub' ich, teilweise. Mhm. Ja, für die Sonne. Smoke schon. Äh, die Zone nicht. Ich hab' meine Zone ist zum Beispiel gelb. Ich hab' auch, äh, weil ich wollte nicht rotes Blut haben. Ich hab' äh, ich glaub' ne Mod, oder? Pinkes Blut. Also hier ist die Zone auch pink, aber das ist halt eher so der Raketenangriff und nicht der Artillerieschlag. Ja, aber wenn du, wenn du, wenn du Leute tötest, welche Farbe hast du dann? Ja, das ist rot. Ich glaub' türkis, oder? Ne, rot. Rot? Okay, weil es gibt noch... Wir werden beschossen. Oh mein Gott. Es gibt noch türkis und rosa, äh, pink. Ich geh' von rechts. Oh, ich seh'n, ich seh'n, der steht direkt hinter der Hügel. Ja, ja. Ich versuch' mich zu verstecken. Oh no. Ich bin knocked. Ich seh' ihn, der steht direkt vor der Kuppel. Es geht in die Kuppel, er geht in die Kuppel. Und dahinter ist noch ein Team. Könntest du mich holen? Ja, ja. Ich komm' ja zu dir. Der zweite, der zweite geht auch in die Kuppel. Er schießt einfach mal. Ich stell' den, das Wahnsinn. Also sie sind beide im Prinzip... Ich bin hier in der Zone, das ist eigentlich ganz safe. Kannst du mal zu mir... Ach ne, achso, ich komm' ich komm' ich komm' ich komm'. Ja, ich bin hier eigentlich ganz gut. Versteckt. Dankeschön. Und die stehen... Guck mal, ich hab' den Schi-Maskopf. Schick. Und guck' mal, wie schick die auch noch aussieht hier jetzt. Ach du Gott. Du hast'n Euter auf'n Kopf. Ich hab' jetzt nix mehr zum... Brauchst du'n Zweifer? Äh, nein. Brauchst'n... Ich hab' dir zwei Koffer, ich hab' vier. Ich hab' auch keine Drinks mehr, nix. Warte, ich geb' dir auch noch'n Drink. Okay. Ich nehm' jetzt auch noch einen. Danke. Aber ich mag' die Map trotzdem, weil man nicht die Leute so gut sieht. Aber die Map ist... Die Minimap ist Schrott, wir müssen jetzt hier runter. Die Minimap ist totaler Schrott. Weil wir in der Zone... Hä, bei mir ist... Lol. Oben. Oben. Ja, ja. Kannst du kommen? Ich versuche. Oh ne, du kannst du nicht, Alter. So. No. Im letzten Zucken. Wirklich, grade das Medipack durchgehabt und so. Immer schön so... Oh, shit. Ja, ist okay. Ist okay. Aber ey... Bei der Map, mein Gott. Da kannst du halt von allen Seiten ständig beschossen werden. Das ist halt so. Action. Ich bin raus. Gute Nacht euch. Gute Nacht. Hat Spaß. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat das auf jeden Fall, ja. Oh, ich hab ganz neun Damage gemacht. Wow. Ja, wir hören uns. Unter meinem Kill. Tschüssi. Ja. Aber die ist halt, weißt du, da geht's vorwärts. Da bist du nicht die ganze Zeit am Suchen, sondern... Da geht's voran und... Da ist ein bisschen was los. Jo. Echt witzig, dass wir die gleichen sind. Aber ich hab's wirklich nicht gesehen. Ich hab ein paar Klamotten. Und bevor wir angefangen haben zu spielen, hab ich gesagt, ach, siehst du dich um oder nicht? Und ich hatte wirklich ne kurze Hose an. Und ich glaube trotzdem aber das Oberteil... Und dann dachte ich mir so, ah nee, kurze Hose. Es ist nun nicht Sommer. Und siehst du dir ne lange Hose an? Und das ist die schönste Hose, die ich hab. Nehm ich nur drei Hosen, aber so mit Camouflage und so. So wirklich so Sachen, die mir nicht gefallen. Ich hab wirklich nicht viele Klamotten. Es gibt drei Default-Hosen oder eine hab ich mal irgendwie gewonnen. Oder ich weiß es nicht. Ich hab das Game ja schon seit 2017 installiert und dann irgendwie... Ne, das ist aber nicht die Standard-Klamotte. Weil die Standard-Klamotte ist halt so ein weißes, dreckiges T-Shirt. Und ich meine, vielleicht die Hose. Ich weiß nicht, welche Standard-Hose es ist, aber es ist auf jeden Fall nicht das T-Shirt. Das hast du dir ausgesucht. Ich hab's mir auch ausgesucht. Okay, okay. Das war wirklich unbewusst. Also wir haben zwei Eisbären. Wir haben Coca-Cola-Bären. Ja. Stimmt. Die sind voll gut getan. Das ist voll cheaten. Stimmt. Voll mies. Sollte verboten werden. Ja, ich hab hier noch nicht mal nen Tanz. Ei, ei, ei. Ich auch nicht, aber ich hab irgendwie das Wissen zu nem Tanz. Und ich muss den Tanz selber aber erst freischalten. Also das ist auch ein bisschen... Ein Entwurf. Genau, so ein Entwurf. Und dann musst du aber irgendwelche anderen Coins noch irgendwie sammeln. Credits. Ja. Woher kannst du den Entwurf nicht lernen, oder... Ja. Aber zum Beispiel das. Im Shop gibt es Schlüssel, die du kaufen kannst für diese BP. Diese Battle Points. Und so Kisten passen zu den Schlüsseln. So Truhen. Und wenn du die aufmachst, kriegst du diese Entwürfe. Und du kannst diese Entwürfe zerlegen und bekommst dafür Credits. Okay. Und von den Credits kannst du dann wieder Sachen dir... Quasi diese Entwürfe herstellen, die dir gefallen. Und das lohnt sich? Naja, es ist zumindest wenn du Lust oder Spaß hast an diesen ganzen Skins und Klamotten und so. Also auf der Konsole habe ich so viele Klamotten, dass das ganze Menü hakt. Ja, okay. Es ist so ein bisschen von Fortnite rüber geschwappt, oder? Das kann sein. Ich kenne Fortnite nicht. Also ich habe... Doch eine Runde habe ich gespielt, weil mein Sohnemann mich dazu gezwungen... Nicht gezwungen, aber gedrängt hat. So, spiel doch mal eine. Probier doch mal. Und das war nicht meins. Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe mir sagen lassen, dass das tatsächlich dort alles ein bisschen bunter ist und das mit dem Bauen... Das auf jeden Fall, ja. Ja. Es gibt ja mittlerweile einen Modus ohne Bauen. Hm. Es soll wohl auch besser sein als mit Bauen. Genau, das denke ich auch. Also ich meine, wir brauchen so einen scheiß Bauen. Also... Vielleicht hier hinten irgendwie... Ja, das ist gut. Je nachdem, ob da welche mitkommen, können wir noch weiterziehen oder nicht. Ja, das ist gut so. Also den würde ich jetzt... Das ist ein... Huch... Wann raus? Ja. Jetzt? Also jetzt? Ja. Wann raus? Hm? Wann? Jetzt? Ja. Ach, wann raus? Mhm. Ich habe schon dann raus. Ach so, ja. Hm. Ähm... Ja, bei dieser Entfernung macht es dann schon Sinn, wieder Lot rechts zu springen. Es kommt man... Es hängt immer von der Entfernung ab. Also man sollte so immer abspringen, dass man den längsten Weg hat. Weil in dem, wenn du dann fliegst oder mit dem Fallschirm fliegst, fällst du ja gleichzeitig. Somit bist du schneller am Boden. Hm. Komm ich gerade nicht mit. Also ich dachte immer der kürzeste Weg. Ja, aber dann bist du ja länger in der Luft. Weil du halt... Also... Zeitlich. Weil die Leute, die den gleichen Spot anspringen wollen wie du und früher rausspringen, die haben zwar den längeren Weg, aber sind schneller unten, weil sie tiefer sind. Okay. Die sind schneller tief, also die sind schneller am Boden als du. Hm. Weil die, ähm... Ich dachte, man ist am schnellsten durch die Luft. Weil die gleich hier. Ich dachte, man ist am schnellsten durch die Luft und nicht über den Boden. Hier ist der Einzelwester, aber brauchst du wahrscheinlich nicht. Bin mal auf die andere Straßenseite gegangen. Ich habe auch so ein bisschen geschielt, ob jemand mitkommt oder nicht. Deswegen bin ich eigentlich eher so ein bisschen Richtung Auto unterwegs gewesen. Mach mal Kanada. Okay. Ne. Zweierhelm hier. Ich hab schon. Okay. Spielst du manchmal Schrot? Bitte? Spielst du manchmal Schrot? Ähm... Naja, also eigentlich ungern, weil ich der Meinung bin, dass es immer so ist, dass der Gegner, auch wenn es beide Schrot spielen, der Gegner und ich, dass ich mal den kürzeren ziehe. Aber auf kurzer Distanz, zum Beispiel in so einem Gulag, den wir vorhin hatten, da macht Schrotplinte schon... Ja, okay. Wenn du weißt, du bist auf Short-Distance, ja, okay, na klar. Genau. Aber so eigentlich nie immer. Also so in Cities macht es schon Sinn, wenn man irgendwie in einer City landet. Aber man muss halt, wie gesagt, auch umgehen und ich weiß es, aber vergesse es eigentlich immer, dass man, wenn man Schrotplinte spielt, nicht in Scope geht. Sondern so... Ja, aus der Hüfte. Ja. Also gar nicht mehr aus der Hüfte. Einfach so. Du hast ja, wenn du nichts drückst, hast du trotzdem ein Fadenkreuz, ne? Mhm. Und einfach so schießen. Und meistens vergesse ich das. Aber wenn ich es nicht vergesse, dann ist derjenige immer ziemlich schnell down. So wie vorhin auch im Gulag war das auch ziemlich gut. Da habe ich es nicht vergessen. Und da war er mit zwei Shots, obwohl er gar nicht so close bei mir war, sondern das waren schon. Okay. An die zehn Meter trotzdem umgefallen ist, weil die Pumpen eigentlich schon ziemlich auch eine OP-Reichweite sogar haben. Also die haben eine übertriebene Reichweite, was eigentlich gar nicht realistisch ist, wenn man das so sieht. Ja, deswegen habe ich es meistens nicht genommen, weil eigentlich die kannst du auf drei, vier Meter und danach ist halt... Ja. Ja. Kommt eigentlich nichts an, ne? Ähm. Ja. Ich hab dir... Was brauchst du noch? Sagen wir es mal so. Äh, ein großes Visier. Ein mittelgroßes Visier. Okay. Und das war's. Und eine Spitze für meine AR. Ja. Eine Dreier habe ich jetzt hier gefunden. Dreier-Scope. Aber... Okay. Ja, wäre schon mal cool. Hast du... Brauchst du erweiterte für AR? Naja, ich hab wieder die... Also ja, könnte ich, aber... Ist nicht so zwingend. Achso, hier bist du schon überall durch. Also ich hab jetzt... Stehen hier die Türen oder auch? Äh, ich hab zwei erweiterte AR für dich, weil ich es nicht brauche. Also entweder gebe ich sie dir oder ich stoppe sie. Na, ich spiel wieder MP. Beziehungsweise hier die... Was hab ich diesmal? MP5. Sehr gut. Ist wirklich ne gute Waffe. Warte mal, hier bist du grade durch schon, ne? Äh, ja. Ja, die hab ich durch. Also Aufsätze für vorne fehlen mir grundsätzlich noch. Ich hab noch keinen Aufsatz. Mir auch. Hier ist ein Stock. Gut, aber dann brauchst du die erweiterten Magazine nicht oder für deine Zweitwaffe. Ne, ne, Entschuldigung. Ja, ich hab beide erweiterten. Das... Da bin ich durch. Getränke und so weiter hab ich alles gut. Ich hab ein Dreifach und einen Rotpunkt. Ja. Äh, brauchst du was zum Heilen? Ne. Ne, ich hab alles. Okay. Okay. Ich brauche tatsächlich nur noch ein Zweifach oder ein Dreifach. Hm. Hab ich leider nichts übrig. Also ich könnte ja eins geben. Du schießt ja besser. Ne, 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 ne. Alles gut, alles gut, alles gut. Momentan hab ich noch einen Rotpunkt. Wollen wir los? Oder wollen wir noch irgendwo Looten fahren? Ne, wir können los. Ich hab alles. Hier durch bist du auch, ja? Durch das gelbe Haus? Äh, weiß ich nicht. Okay. Okay. Guck schon mal nach Auto. Ach, da hältst du schon eins. Ja, in der Kreuzung. Mhm. Auch, wir müssen wieder Lambo fahren. Ja, das war schon lustig. Das war schon lustig. Hier ist ein M24, wolltest du die haben? Ne, ne? Ne, ich hab ne K. Okay. Zweier Helm, Sprit. Ne, hier warst du nicht auf der Seite oder doch? Doch, auf der Seite war ich. Ah, ja doch. Doch, doch, doch. Na gut. Wir könnten noch einen kleinen Zwischenstopp machen. Also nicht wegen mir. Aber doch, ich hasse es mit Rotpunkt zu schießen, ne? Hallo, bitte einmal zum Lambo. Ist ja keiner da. Doch, da. Ich hab ihn gesehen. Da. Was? Ja. Hm. Hier noch anhalten oder nicht? Nee, jetzt ist zu spät. Jetzt bist du losgefahren. Hä? Ist doch keiner hier. Nee, nein, nein. Alles gut. Okay. Na, dann setz mal einen Punkt und dann versuchen wir dahin zu kommen. Hm. Mhm, 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 mhm. Ja, dann gehen wir natürlich hier hin, ne? So weit wie möglich von unserer Seite aus würde ich besser. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht wie die Flugzone war, aber... Äh, ziemlich einmal quer durch von, äh, von Nord nach Süd. Ziemlich zentral. Ach so. Weil wir wollten eigentlich... Ja, stimmt. Dann hatten wir was anderes markiert und sind dann trotzdem dort geblieben. Mhm. Ja, dann ist es okay, dann denke ich. Der Schnee ist auch extrem laut, ne? Also das drüberlaufen, drüberfahren und so. Ja. Boah, ist das weit. Das geht. Ähm, wir haben ein Problem. Warum? Benzin? Mhm. Da vorne ist. Naja, schaff' mal. Ja, bis zum... Umsteigen? Bis zum... Dings schaffen wir das schon. Aber wenn wir ein Auto, genau, wenn wir ein Auto haben, können wir auch wechseln, ja. Also ja, wir hätten es geschafft, aber wenn wir jetzt nochmal fahren müssen... Ja, ja, ja. So, gibt's hier was für irgendjemand? Möchte jemand irgendwie... ...versorgt werden? Off. Also hier sind noch Medikamente. Oh. Bräuchte ein bisschen sieben, da. Ach, da liegt was. Ne, es ist fünfer. Mündungsfeuer, AR, Wange. Hier hat aber irgendjemand geschossen, ne? Mhm. Aber nicht auf uns. Ne. Schmerzmittel. Granaten. Noch mehr Schmerzmittel. Oh, ich hab jetzt hier 8, 6. Was ist denn los? 9, 6. Kann ich mehr tragen. 10, 6. Oh Gott, ich fang jetzt an zu essen. Ich fang jetzt einfach hier an zu essen. Das ist nicht weit. Da kommt einer mit dem Fallschirm runter. Aber nicht bei uns, sondern... Okay. Da hinten hinterm Hügel. Also der hat wohl die Not ausgenommen. Ne, wir sollten nicht mehr fahren, oder? Ja, das ist jetzt erst die erste Phase, ne? Auto, 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 Auto. Auto auf uns, du. Ach, du Scheiße, ey. Könnte sein, dass sie wiederkommen? Ja, die haben angehalten. Ah, ne. So, nicht überfahren? Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Dankeschön. Ja, klar. Zieh mich trotzdem erstmal zurück. Mhm. Ja, die sind auf jeden Fall durchgefahren, weil die müssen ja eh auch. Mhm. Wo die Zone ist, dann los. Dann fahren wir ja noch. Mhm. 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 Ich fahr mal um die Party da hinten so ein bisschen drum rum, dann kannst du noch ein bisschen heilen. Ja. Ja, das mit dem Auto ist teilweise gar nicht so einfach zu dodgen, ne? Also, da hat man nur ein kleines Zeitfenster. Da ist jemand, da ist jemand. Da ist die Eisbär. Ja, ein Eisbär von uns. Oha. 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 Mehrere. Oha, da ist noch einer. Ja, ja. Oha. 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 Aber die sind echt strong, ne? Ich hätte eher so... Probier mal probieren oder nicht? In den Eisbären, was willst du denn mit dem? Komm. Wir sind... Hallo, wir sind Conan. Wir sind... Wir sind Barbaren. Der eine hat sich hingesetzt. Wir können ja trotzdem mit einem weglaufen, wenn wir merken, dass sie zu uns kommt. Bleib stehen, bleib stehen von hier. Und dann einmal auf ihren einen. Was willst du denn mit dem machen? Willst du jetzt erschießen? Lass doch mal die armen Eisbären. Hey, los! Wir müssen fahren! Los! Steck! Ja, aber... Oha! Nee! Aber du hast es verdiegt, irgendwie. Du hast den Reifen zerfetzt. Das hast du ja toll gemacht. Kommt der Teddy hinterher? Nee, jetzt haben wir einen kaputten Reifen. Es geht... Es geht schon wieder los. Lass mich fahren. Hallo, wie oft begegnest du denn hier einen Eisbären? Ja, aber deswegen erschießen wir ihn sofort. Hey, der Letzte! Wir müssen ihn kriegen! Hä? Ja! What? Dafür sind die doch da! Ich bin nicht sicher. Doch! Also... Wofür meinst du, sind wir denn da? Nun... Mhm? Ja. Deko? Das ist aber auch perfekt eingepackt. Ich steig jetzt nicht aus, wenn der erschossen wird. Das ist halt so. Das ist... Du wirst ja nicht erschossen. Außerdem könnten wir jetzt eigentlich laufen, ne? Wir sind jetzt schon mitten in der Zone. Oh! Da ist irgendwas Rotes am Himmel. Ja, am Himmel. Was? Ist das dein Ernst? Das ging vorhin schon richtig gut aus, ne? Ja, richtig viele! Willst du da jetzt was machen? Also... Gut. Ich wich das was. No risk, no fun! Die Farmers! Kann nichts tragen. Das ist die neue. Ja. Können wir wieder los? Ja, wir können los. Komm mir aus. Ich fühl mich hier unwohl. Wir sind aber gut. Wollen wir laufen? Ja, ja! Na deswegen! Guck mal, da ist noch ne Kiste. Geh mal da dran. Oh, ich hab die Farmers hier bis jetzt nur einmal gespielt. MK 14. Hier ist noch ein Gilly in dem. Was? Die MK 14? Nee, hab ich nicht. Soll ich sie nehmen? Nimm sie ja. Das ist die stärkste DMR, die es im Spiel gibt. Keine Ahnung. Was nimmt die? 6, 2. 7, mhm. 7er. Oh, die ist mega strong. Die ist so stark. Ich hol das andere Auto. Oh, da müssen wir gar nicht mehr fahren. Nee, wir müssen nicht fahren. Was meinst du? Okay. Dritte Phase, wir sind drin. Nimm mich hier einfach wirklich mega unwohl. Wie so ein Präsentierteller hier. Ich meine, ich weiß nicht in welche Richtung ich mich drehen soll. Und ich hab das Gefühl, ich laufe in die falsche Richtung. Ja, ist okay. Nee, wir laufen jetzt in die Zone. Ja, ist okay. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt hier für eine Wumme hab. Mach die auf Einzelschuss. Die kann man sogar in einer Close Fight verwenden. Ja, hab ich. Die streut zwar. Also man muss die gut kontrollieren können, aber im Einzelschuss ist die echt super. Nee, nee, nee. Aber als DMR im Einzelschuss ist die wirklich super. Wie eine SKS, wie eine Mini, so. Aber wirklich gut. Oder ist ein Auto auf 60? Mal gucken, ob hier was ist. Nee, ich glaube hier ist noch nichts. Hier war aber gelootet. Abtüren sind zu. Ja? Ja. Okay. Wenn hier nur Verbände rumliegen, dann war hier gelootet. Auto kommt. Fährt um uns rum. Oh, die brennen schon. Oh, die brennen schon. Oh, jetzt halt. Bitte nicht schon wieder. Scheiß, Gehle, du. Oh, nicht. Aber ich glaube, das ist nur einer. Ja. B90. Oh nein. Ich hab vergessen. Ich hab... Tja. Er ist zu spät. Oh, der gönnt? Nee. Oh man, endlich hasse es, wenn man sich heilt. Wenn man wieder zurückkommt. Dass man keine Waffe in der Hand hat. Das wäre so einfacher, wenn man aufsteht und eine Waffe in der Hand hat. Und ich hab einfach zu spät reagiert, als ich noch die Waffe aufhebe. Und der war so dumm einfach. Da wusste ich überhaupt nicht, was los ist, ne? Ich? Du wusstest? Der nicht. Nee, der hat nicht verstanden, warum du dich selber heilen kannst. Genau. Warum er zwei umgelegt hat und er spielt Duo und... Genau. Das hat er nicht kapiert. Und er dachte dann so, hä? Dann dann halt nochmal. Ach, schade. Alter. Also... Ich bin immer ein bisschen zu langsam, wenn es genau um diese Ecken geht. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie... Ich bin... Ich seh den und bin dann schon tot. Hm... Ja. Keine Ahnung. Ich... Ich brauch nochmal eine ganz kurze Pause, wenn gleich wieder da... Entschuldigung. Alles klar. Alles gut und gut und gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Mit Nordlichtern. Wieder da. Habe ich was verpasst? Nee, ne? Nee. Aber guck mal, wir haben Nordlichter. Ui. Mhm. Mhm. Dunkelheit. Mhm. Weiß nicht, wie ich das finde. Also ich hab's schon ein-, zweimal gehabt, aber noch nicht so oft. Und man sieht's auch ganz gut. Naja. Ja, eigentlich finde ich da jetzt, also, ich finde, ja, natürlich ist es, wenn man weiter weg guckt, ist es nicht mehr so klar. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Hm. Wo wollen wir hin? Hast du schon was ausgesucht? Nö. Ich hab keine Zeit grad. Okay. Muss, muss, ach ja, okay, ich seh's, du bist beschäftigt, ja. Der letzte war gut. Ein richtiger Volltreffer. Ja, sehr gut. Ähm. Ja. Mal andere Seite? Ja, hab ich auch grad überlegt, ob wir nicht irgendwie so vielleicht hier, weil ich weiß, also, die Map ist ja so neu, dass ich sie gar nicht so gut kenne. Die ist ja komplett bearbeitet worden. Oder man geht hier hin. Wo bist du jetzt? Achso, nee, lass mal ruhig weiter. Ich hätt schon fast gesagt Richtung Villa erstmal gucken. Ich glaub, da war ich auch noch nicht. Okay. Haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe. Müssen wir die Zuhren im Auge behalten. Meinst du? Ja, ich hab schon. Da wird auf jeden Fall was mitkommen. Meinst du nicht, die gehen hier bei Train Station alle raus? Nee, Villa ist ein sehr beliebter Spot. Also Villa war mal ungefähr hier auf der alten Karte. Okay. Ja. Und war einer meiner Lieblingsspots, da bin ich eigentlich immer hingegangen und war sehr beliebt. Okay. Und die haben das jetzt umgeschoben, warum auch immer, aber da gehen trotzdem gut Leute hin, gern und gern. Ja, wir sehen es halt nicht. Oh, der Himmel sieht aber nie. Der Conan-Himmel ist viel schöner. Oh, ich war übrigens letztens auf einem Server, Conan-Server, wo AOC drauf ist. Mhm. Und da gibt es wieder Sternenhimmel, also mit dir, mit der Mod. Und ich hab's echt gefeiert. Wollen wir, wollen wir vielleicht doch abdrehen? Guck mal nach links. Ja. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ist ja okay. I told you. Okay, steht ein weißes Auto? Weißes Auto? Weißes Auto? Ja. Da? Oh, der war wirklich dicht an der Rille. Ja, naja. Oh, ich hoffe, die kommt. Na ja, gut. Ich glaube, da ist aber auch noch ein bisschen Felsen, die ein bisschen Schutz geben. Haben die nicht gesehen? Nee, nee. Natürlich nicht. Wo wollen wir denn überhaupt hinfahren? Ich würde erst mal den, ja, die, 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 das... Ich mach schon. Ich kann grad nicht mehr reden. Ist okay. Dass der die, äh... Regel du mal. Ja. Wir sind voll in der Zone. Wir können sogar bis zum, äh, Cosmodrome hoch. So, du willst gleich hierbleiben. Ach so, willst du? Ja, komm, nee, können wir machen. Weil hier gibt's ja keinen Loot für uns. Ah, was? Äh, wir sind überhaupt nicht. Oh, Entschuldigung, ich war auf der Karte. Ja, ja, ja. So, wir kommen. Achtung. Soll ich fahren? Nein, 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 alles gut. Äh, ich setz mich lieber nach hinten. Hinterm Fahrer sterben die wenigsten Leute. Ist, ist, ist tatsächlich sowieso immer am besten. Also, auch in PUBG immer hinten sitzen. Mhm. Mhm, wieso? Also, du willst jetzt wirklich hier Cosmo fahren? Ja. Naja, wenn man schon, wenn man schon die Nordlichter haben, kommt. Und wir haben Zeit. Okay, so haben wir keine Zeit, aber... So, willst du hier anhalten? Nee. Okay, dann... Fahr jetzt Cosmo. Die Straße war dir zu langweilig. Ach so, really? Nee, ja, nee, der kürzeste Weg kann. Da hätten wir jetzt so viel Zeit zum Looten gehabt. Jetzt, jetzt haben wir ein bisschen Stress, also... Langweilig. Ja. Hm. Hm. Ist doch alles gut, guck mal, wie... Wie... Ja, ich seh's, ich seh's schon am Horizont. Wieso fahren wir denn eigentlich nicht zur Straße, Mann? Ja, ich hab keine Ahnung. Boah, ich dachte, hier ist ein Gegner. Das war ein Motorrad. So, jetzt haben wir ein Karussell. Wuhu! Da ist ein Abgrund. Oh Gott, ist mir schlecht. Entschuldigung. Alles gut, ich hab mich beruhigt. Hast du Scheibe-Einschlag? Ja. Darf ich nicht? Doch, doch, ähm, nur... Okay. Ich hab ein Thermo. Nein. Möchtest du? Ich mag's nicht so. Ich mag's auch nicht. Kann's aber halten. Ja, ich hab auch ein Thermo. Ach komm, wir nehmen's mit. Wollen wir das unsere Challenge jetzt machen? Mit Thermo schießen? Puh. Ja, so sch... Ich seh so schon nix. Naja, komm. Ist auf der SR alles Thermo? Ja. Okay, hab ne Kar. Ich hab noch keine SR. Wird wahrscheinlich die größere Challenge haben. Wobei, ich kenn die früher tatsächlich, als die Map, ähm, die Sniper-Map, ähm, genannt wurde. Also nicht bekannt wurde, aber die Map wurde früher Sniper-Map, äh, genannt, weil wirklich hier mal super viele Sniper rumgelegen haben. Hier oben, oder war? Hier genau, auf der Map. Die ganze, komplett die ganze Map war, wirklich wie Candy war, Sniper-Map. Ja, ich merk ja keinen Unterschied als Anfänger, rennst ja sowieso in alles rein. Also, das ist doch, das ist doch wurscht. Hm. Ähm, ich glaub, es ist egal, äh, auf welcher Waffe du Thermo benutzt, weil ich hab jetzt ein Sechsfach gefunden. Und ich würde tatsächlich lieber, ja, vielleicht werd ich's immer, werd ich mal switchen, weil, ähm, mir ist vierfach, weil das ist ja ein Vierfach, mir ist Vierfach ein bisschen zu klein. Aber ich werd's auf jeden Fall benutzen. Hier ist ne Aug. Uh. Ja, können die markieren. Und Mechanikerwerkzeug, ja, kann ich. Da so. Ach, hier ist auch ne Aug, okay. Ich bräuchte jetzt... Ich hab ein Schalli, ich hab einen Kompensator, ein, äh, äh... Oh, Kompi würde ich nehmen, sehr gerne. Ja, SR-Magazin. Noch ein Schalli. Aber diesmal für die K, nice. Naja, ich hab halt keine SR, ne, noch. Äh, ein erweitertes Schnellwechsel brauchst du? Ja, ja. Äh, ja, nee, 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 Entschuldigung. Alle, die, alle da, ist alle da. Euer Rucksack wär noch nice. Jetzt erforscht. Scope wär noch nice. Also mal was anderes als diese Thermo. Ich bin ja nicht so ein ganz... Mini? Ja, ich würd tatsächlich... Oh. Äh, oh. Ach, Mechaniker. Als ob ich jetzt hier mein Auto reparieren wollen würde. Mir fehlt eigentlich nur noch eine vernünftige, ähm, SR. Ich hab nämlich nur... SKS hatte ich hier. Also Mosin gefunden. Und die gefällt dir nicht? Oh, ein Dreierrucksack, nice. Ist es eine K? Ja, perfekt. Also nicht bei dem gefalteten, also der gefaltete, nein, du weißt schon. That's my lady. Okay. Medikit. Was mach ich denn jetzt hier mit den ganzen Schally-Gedöns und so weiter? Willst du das jetzt noch haben? Wie war das jetzt? Nee, ich hab jetzt tatsächlich auch zwei SR-Schallis nebeneinander gefunden. Ich hab mir jetzt eingenommen. Der Kompensator liegt jetzt hier noch. Ja, Kompi würde ich auf jeden Fall noch nehmen. Also es ist zwar der Schally geworden, aber es ist trotzdem der Kompi. Der liegt alles auf ihrem Haufen. Ja. Du bist zufrieden mit deinen Waffen? Oder würdest du was anderes haben wollen noch? Och, ich hab jetzt die... Ach, nee, ach komm. Nee, ist schon in Ordnung. Zone läuft, ne? Weil ich könnte dir SLR mitbringen? Oder im K12? Nee, ich bräuchte nur ein Snüffelstück für die MP5. Hm, okay. Da, jetzt noch eine Stiftung. Wie gesagt, hier hinten musst du noch mal vorbeikommen, ne? Und die Zeit ist nicht mehr. Brauchst du noch ein Sechsfach? Ja. Ja, ich komm jetzt. Ihr bringt ruhig mit. Dann schmeiß ich es dreifach raus. Oder das blöde Thermo. Ich komme. Und bin fertig. Dann müssen wir noch die Waffe nehmen und dann können wir los. Ja, auf gelb sind die Sachen. Oha. Ja. Okay. Dann bring ich schon mal Auto mit. Sag mal, diese Weste, diese Dreierweste, hast du mir die hingelegt? Nein. What? GZ? Hm? Ein Koffer. Kann ich es mir nehmen. Mann. 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 Ich mag das hier eigentlich. Hier gibt es viel, viel Loot. Ja, stimmt. So, und wo ist jetzt meine K? Nicht da beim Punkt. Da irgendwo drin liegt es auf jeden Fall. Okay. Oho. Ich habe es noch nicht. Was? Oho. Die Zone. Ja. Ich komme. Wie gesagt, sie gibt ja dann noch das Sexwach ab. Oho. Oho. Das ist das Thermo hier. Kein Bock. Oha. Nee, du fährst. Du sagst die ganze Zeit, dass es dir schlecht ist von meiner Vorweise. Ja, ist halt Angst. Ist halt die pure Angst. Ach. Was ist das hier? Oh, Jetski. Da hättest du ja auch früher richtige Angst gehabt. Früher war das nämlich so, da gab es diese Bugs. Da ist man, also, das war random. Du bist gegen irgendeinen bestimmten Stein leicht angeditscht oder auch gegen eine Kante, eine Geländerkante, die so ein bisschen abstand und das Auto ist explodiert. Also, das war so random, wo man sagte so, hä, wie kann das Auto jetzt explodieren? Das ist einfach wirklich bumm und alle waren tot. Das war. Ja. War so richtig verrückt. Also, ich hab dann darüber wirklich immer gelacht, ne, weil ich hab so einige, einige Leute, die dann wirklich sich so aufgeregt haben und das zu sehen, ist doch witzig. Ja. Wenn man einfach irgendwo so ein bisschen entgegenfährt und dann wird man dann auch so, pfff. Weg. Haben wir schon einen Punkt, ja, ne? Äh, ja, mach Punkt, klar. Ich halte meine Klappe quasi. Ne, einen Punkt meine ich mit, äh... Ja, hab ich schon, hab ich schon. Okay. Muss man irgendwann Energy Drink einschmeißen und mir geht's gar nicht mehr so gut, du auch nicht, ne? Mhm. Bei dir fehlt auch einiges, Hanhab-Hail. Jo. Ich sehe uns schon gleich wieder ins nächste Feuerwerk rein. Ja, du, 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 du fährst, ne? Ja, naja, hier, querfeldein. Ich hab keine Orientierung, wo wir gerade sind. Warte mal, muss ich mal gucken. Ah ja, okay. Einfach, einfach auf orange waren. Gut schon. Und wenn du den Kompound siehst, ein bisschen weiter weg davon immer. Weil falls da, äh, was sein sollte, die rausstürmen, ist es besser, wenn man ein bisschen weiter weg ist von dem Kompound immer. Wir wollen aber da zu dieser Halle hin, oder? Ja. Ich guck aber tatsächlich schon mal... Ich fahr erst mal drüber rum so ein bisschen. Weil irgendwie kam von da an, nee, vom Berg oben. Trotzdem hin oder lieber weiter weg? Naja, die haben irgendwo in die Richtung geschossen, hab ich das Gefühl. Vom... Wow. Vom Berg aus? Naja, vielleicht doch weiter weg irgendwo. Warte, können wir dann... Ähm... Ja, vielleicht die beiden Hallen. Weil auf dem Berg ist auf jeden Fall was da hoch. Ja, wir wurden beschossen auch vom Berg. Genau. Das heißt, da können wir definitiv nicht hoch. Wir werden immer noch beschossen, ne? Naja, oder wir gehen hier erst mal hoch. Aber es könnte jetzt... Hier könnte jetzt überall was sitzen, weil das ist echt... Ja, offene Pläne. Das ist jetzt... Ja. Hier kannst du auch scheiße wegbewegen. Hier wird's richtig unangenehm. Wie viel kügelig ist. Nee, überhaupt nicht. Alles gut. Genau, vielleicht könnten wir ja auch sogar hier oben bleiben. Ich seh' nix. Jeder Grasheim... Jeder Grasheim könnte hier irgendwas sein. Naja, weil es halt durch die Dunkelheit... Ja. Ganz schwierig. Ich erwarte ja eigentlich, dass aus Westen was kommt. Oder aus Nordwesten hier, aus 305 oder so. Oh, da ist auf jeden Fall ein Eisbär wieder oben. Ein Eisbär? Ach. Der setzt sich wieder hin. Die sind so niedlich. Sind garstig. Ob die vielleicht mit denen gekämpft haben? Mit den Eisbären? Das ist ein Auto, da kommt zwei Autos. Zwei Autos bei Nord-Nordwest. Ja, ich hab... Und den Hügel hoch. Ja. Und über den Hügel drüber. Ja. Kommt der noch. Oh, paff. Aus der Halle, oder? Ja. Noch ein Auto hier unten. Ja, ja. Aus Süden. Ja, das Auto fährt weg, aber in der Halle ist halt was, ne? Ich glaube auch, ja, von da unten. War relativ dicht. Mhm. Oh, ah, da haben sie jetzt auch angehalten. Da falten sie. Uff, hast du was gesehen? Ja, hab ich markiert. Hinter uns, hinter uns. Da kommt ein Auto. Ja, von 80. Die haben einen Unfall, glaube ich, gebaut. Motorrad? Ja. Ja. Ja, ne, der Jeep fährt aber noch. Irgendwo dröhnen. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, wo, 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 wo? Oh, da unten aus der Halle, rechtes Fenster. Nicht gesehen. Oh Gott, was habe ich getan? Oh Gott, was habe ich getan? Jetzt war ich. Hast du was erwischt? Erwischt schon, aber halt nicht genockt. Oh Mann, ey. Haben sie dich ab? Nee. Nee, da unten. Ich habe da nämlich eine Blut, diese Bluse und Granate hingeworfen und die mussten abhauen, weil sie natürlich auch von der Halle geschossen wurden. Die waren im Sandwich. Ähm. Die sind jetzt aber runtergelaufen. Ungefähr auf orange habe ich sie das letzte Mal gesehen. Der wird sich da sicherlich irgendwo heilen. Ich weiß gar nicht, ob sein, ich habe nur noch einen gesehen, ob der, sein Teammate vielleicht nicht von der Halle getötet wurde. Ich wollte gerade sagen, war das, war einer oder ein Team? Ich habe ein bisschen Schiss, dass uns irgendwer in den Rücken fällt. Hm. Ich habe nichts gesehen, aber. Da hinten ist ein, äh, ein Auto. Ja, das habe ich vorhin schon mal gekriegt gehabt. Hm. Das steht immer noch da und da ist auch, ähm, nur Schüsse zu sehen sogar. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Wo? Oh mein Gott. Okay, ich habe ihn sehr hart getroffen. Oh mein Gott. Du hast ihn. Nee. Ja, ich sehe es, hier ist noch einer. Ich muss mich heilen. Ja, hier ist noch einer. Oh, der ist noch knocked, der ist knocked. Okay, wait, 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 wait. Hinter dem weißen Auto ist immer noch einer. Hinter dem weißen Auto ist einer. Ja, 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 ja. Kannst du den? Nice. Sehr gut. Nein. Oh, oh, kommst du bitte zu mir? Ja, ja. Alles gut. Das ist übrigens sehr lang, glaube ich, abgehauen ist worden. Vom Stein, das müsste da sein. Ja, aber gutes Teamwork. Wir haben es. Perfekt. Ich lege mich hier. Gut aufgepasst. Ja, ich habe ja gesagt, ich traue dem Rat nicht, dass da nicht vielleicht doch einer. Mein Helm ist natürlich jetzt spott meine Weste angegriffen. Na gut. Aber wir könnten ja, wir könnten ja looten, ne? Ja, ja. Aber ganz vorsichtig, weil ich glaube, das könnte hier echt gefährlich sein. Was ich nur brauche, ist tatsächlich Fünfer, ja. Brauchst du Fünfer? Ne, ne? Ne. Okay, dann nehme ich mir die ganzen Fünfer, so viel ich kann. Spritze ist hier. Okay, das erste Mal habe ich jetzt auch weggeschmissen. Mit der Helm hier ist das okay. Hier sind noch sieben Medics und ich habe die ganzen Getränke aufgehoben. Alles gut, ich habe fünf. Auch mehr als ausreichend. Gott, der Helm ist auch spott. Ah, Mist. Sechsfach habe ich selber. Hey, gerade merke ich kaum einen Unterschied, dass ich am PC-Zocker habe. Ist doch gut. Also ich habe super viele Getränke, 16 Stück oder so, plus zwei Spritzen. Oha. Oha. Möchtest du was? Na, versuch mir was zu geben. Ich weiß halt nicht, was ich aufheben kann, weil ich hatte ganz schön, äh. Ja, ich kann sie alle nehmen, super. Das waren die leichtesten, deswegen habe ich die jetzt erstmal gedroppt. Du kannst auch noch Plänen bekommen. Ah, da hinten. Hm, 20 immer noch. Viel. Hm. Das war critical. Very critical, ja. Hm. Könnten hier rechts ein bisschen rumlaufen gucken. Ja, wenn du da stehen bleibst, kann ich dir da noch was droppen. Nee, nee. Hä, was? Medizin oder irgendwie spritzen? Nein, 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 nein. Oha, hier sind gleich Gegner vor uns. Ja, ich höre es. Ich habe auf ihn geschossen. Oh nein, die geht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Rückzug, rückzug. Oh, ich muss ein bisschen weg. Oh, ich muss ein bisschen weg. Weil die sind irgendwo da. Okay. Lebst du? Alles gut? wo hast du den zweiten das ist der weiße am baum gewesen ich habe hier durchgezogen ich weiß nicht wo der zweite ist den habe ich auch nicht gesehen aber der war nur noch das heißt er ist nicht alleine ja aber den haben wir gut ins kreuz genommen ich hatte auch nur den gesehen ich habe dummerweise den ich hatte einen guten schuss eigentlich aber ich habe ihn versaut er hat still gestanden war ja mein fehler er hatte still gestanden und ich hatte ein headshot aber nicht performt ok da hinten ist ein auto auf orange mit dem ist er wahrscheinlich gekommen aber wo ist sein ich glaube ich sehen nee ich dachte da wäre da aber also manchmal diese grasbüschel sehen manchmal aus wie gegner wo sie ist gar nicht schlecht glaube ich es gehört ich habe ein bisschen angst dass das ist hier noch irgendwo was ist tatsächlich bei der leiche die wir jetzt gerade getötet haben irgendwie traue ich den braten nicht diesmal ich also wirklich wie gerne hätte ich jetzt so ein westen reparatur ding hier auf 250 240 kann erst mal ein bisschen beobachten index so 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 hier bei mir bei mir hier wo hier mal 265 2 ich kann nicht marken muss ich piken ein bisschen schnee geschossen gesehen ich sehe den von ja ja ich sehe dann fing aber ich glaube ich sehe vielleicht die einfach von der von meiner position sehe ich die nicht ich habe schon ich überlege ob ich rechts lang laufe ein bisschen versuche zu umrunden schwierig grad ist und ich sehe da jetzt auch nicht mehr pieken ich dachte auch die kommt vielleicht jetzt hier bei mir links runter auch wenn es der längere weg ist aber die zone wird da geht ja auch langsam zu könnte auch sein dass die natürlich nach nach hinten weg ja 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 die sind ja in der zone also müssen da jetzt sich nicht eigentlich immer noch da ist immer noch da ist eine person glaube ich bei dem und hier bei mir aber ist egal die können erst mal auch miteinander kämpfen siehst du sie dauerhaft oder auch ab und zu machen piekt aber nicht nur ein köpfchen sondern wenn eine ganze ganze body gleich aber ich treffe leider nicht da darf man leider nicht raus piken ist richtig fies die ecke hier das ist irgendwie nicht schlecht aber sie könnte gleich richtig mies werden ja ist gut ist gut ist gut ja perfekt sogar auf jeden fall sind da zwei oben super schwierig ja die warten da auch bis zum schluss super viele bäume auch aufregend überlegen ob wir nicht bis dahin laufen müssen irgendwie schaffen müssen oder gibt es hier irgendeinen ausweg voll voll nehmen also ich denke da unten ist was aber genau das ist es nämlich von unten schießt das heißt wir müssten eigentlich auf orange ja jetzt die glaube die kämpfen oha ne 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 rückdrück hinter uns ja ja hinter uns ich bin ja eigentlich glaube ich gar nicht so schlecht gerade hier am rand ist halt je nachdem wie weit man sich halt runter ist halt bei mir ist der helm komplett kaputt ach schwierig ach schwierig ach die haben da oben tatsächlich den besseren ja gut ist halt gibt es halt gambling ne also das weißt du halt nicht vorher ja könnte für die jetzt auch scheiße werden ja oder für uns hm du hast ja auf der anderen seite von dem hügel sind definitiv auch noch welche bei boah bisschen ja orange ist schon muss ist schon muss ne hm aber orange ist unten ne wie orange ist unten ne es sieht super weit aus ich geh da jetzt vor ich riskiere es warte 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 erst mal boosten oder ok ja so viel zeit muss sein spritzereien dann läuft einer dahinter direkt hinterm stein hinterm stein hm hm hier ist noch einer hier sind zwei alter bin ich schlecht junge ich hab auch nicht getroffen oh mein gott war das schlecht unten am baum ist auch noch einer unten am baum ist auch noch einer keine muni mehr welche brauchst du ach so neun neuner ey wir müssen jetzt laufen wir müssen jetzt nach links rum laufen die gucken da schon ja die wissen das ja auch wir müssen die pushen eigentlich rum ich bin knockt ich hab keine chance ich war ja ich war schon nur noch bei 20 30 prozent oder so ok rette dich selbst da oben sind sie am hügel ja die haben die geile position was jetzt machen das ist so jetzt pusht ihr da hoch ja da kannst du nix machen ich machste nix ja die hat eine gute posi da oben ja die konnten halt die ganze zeit immer nach vorne gehen und sind die ganze zeit auf dem kamm mhm absolut jetzt haben sie letzte zone naja jetzt pushen sie von oben einfach nur noch runter und oh lol da ist lol ok aber der ist sehr gut der ist aber nicht alleine der ist nicht alleine der ist unten auch definitiv noch einer am äh am baum gewesen naja das war ja auch der letzte stimmt der hat es der hat es nee der war ohne einen guck ja der aber da ist unten am baum auch noch einer ja ja aber der war nicht der das war kein team da ist er genau oh wow ok wow das ging schnell ja krass hat er da hat er die snake gemacht hat er die snake gemacht und ist dann da hoch gekrabbelt hat keiner gemerkt crazy ja nicht schlecht bisschen bisschen pech vielleicht ich meine das hätte auch anders laufen können es hätte auch sein können dass die die dass die die zone ähm verlassen müssen ja ja wollen wir noch eine machen oder ne dann kommt ja ok war schon mit zwei dann wird es für mich aber auch zapfbestreich sein ähm 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 so aber dann gehe ich äh ich jetzt mal ganz kurz ich folge dir und dann gehe ich mal ganz kurz auf Toilette ja bis gleich muss ich entscheiden um Himmels Willen wie immer mhm ok könnten ja hier unten nochmal einen Steinbruch über mit ja dann auf der halt mal in auf auf ja ja mal ja 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 macht schon echt viel spaß also gerade so wie man als es nicht ganz so ernst nimmt wenn man halt wirklich ein bisschen rum daddelt dann ist das schon eine ganz witzige geschichte wo man ein bisschen blödsinn macht aber ich kenne mich auch selber wenn man erstmal so in seinem tryhard modus drin ist dann kann das auch mega frustrieren gerade wenn man über die eigene leistung ja nicht zufrieden ist und dann trifft man nicht und naja wie dem auch sei aber so ein paar runden ja gar nicht so verkehrt und wir waren sogar in einer echten runde kurz vorm sieg hier gewesen muss ich noch entscheiden verdammt da kommen wir gehen runter bin da gerade schon sparen na wollen wir da unten den steinbruch nochmal versuchen ich meine vorhin war so lala immer ein bisschen weniger trödeln vielleicht ja klar guck mal kommen auch gar nicht so viele mit das stimmt nur noch ein team übrig vielleicht schon eins raus aber im fliegen erkennt man die immer schlecht finde ich die fliegen aber ne die fliegen primosk dahin ganz hinten ja so die sind schon weit ja die haben schon früh aufgemacht bei uns selber sehe ich jetzt nichts kann ja nicht nö armbrustköcher wie wärs armbrust wie wärs armbrust nix gut ja das ist so wenn man pubg durchgespielt hat dann spielt man armbrust durchgespielt ja ja wenn man pubg so gut beherrscht dass man wirklich so nicht mehr weiß wie man sich selber vor der herausfordern kann ja ist wirklich so ich würde nie im leben auf den gedanken kommen diese waffe zu spielen ach warum ich bin schon wieder so voll also ich hab keinen rucksack kann halt nix aufheben ja jetzt lad doch mal nach brauchst du noch eine weste oder hast du was eben nicht mehr ich hab keine weste und keine rucksack deswegen das war jetzt so ein bisschen so ein ja ok hmmm oh das tut mir jetzt aber leid ja frech jetzt auch erstmal nee das sag ich nicht brauchst du noch was kann ich dir was bringen kann ich dir was gut nee gar nichts ein rucksack soll ich dir welche markieren also nee nee alles gut ich bin jetzt ich bin jetzt ganz gut gestellt ok m4 ne slr 4 zwar nicht haben will aber besser das als nichts ich weiß nicht warum ich jedes mal diese scheiß granaten aufsammle ich also ich kapiert auch nicht ich lerne auch nicht dazu ich denke mir irgendwann ja doch diese zeichne die die hüte situation und dann habe ich die situation und denke oh gott ob bloß nicht die granate hält also du kannst mir die granaten mal bringen vielleicht kann ich ja noch die ein oder andere aufheben versuch mal ähm mit mollis anzufangen wegen den der fehlenden zeitverzögerung nee weil sie ähm also bei granaten ist es ja schwierig ne dass man das time time müsste weil sie hoch geht weil man sie eigentlich meistens vorkocht ne damit sie nicht irgendwo hinfliegen und dann noch eventuell wegrollen ne was ja bei solchen sachen passiert sondern molly wirfst du und er landet genau dort wo du ihn wirfst und 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 äh äh macht direkt schaden ne die fieser habe ich dem markiert wenn du möchtest entschuldigung ja alles gut deswegen habe ich tatsächlich ähm weil ich auch mir total also ich war überfordert also ich war überfordert nee scheiß drauf ich kann keine mollis benutzen äh keine keine wurfsachen generell benutzen und habe aber irgendwann wirklich dann angefangen mit ähm mit mollis und mittlerweile ist es so dass ich lieber für sr entschuldigung aber kann ich alles markieren die haben jetzt schon wieder was mit der mit den sachen ähm die die ähm die leuchten nicht nur sondern also die die bei mir pulsieren sie ja die der ganze loot pulsiert bei mir bei dir vielleicht ja auch wenn das automatisch glaube ich gestellt ist aber jetzt ist es noch so wenn ich mit meinem mit meinem ähm mit meinem den cursor da drauf gehe werden die sachen auch noch so weiß umrundet das ist glaube ich nicht umrundet sondern umrandet und ich glaube das ist ähm auch neu seit dem update mir kommt das tatsächlich sehr bekannt vor also da habe ich jetzt erstmal nichts festgestellt das fühlt sich für mich jetzt erstmal so wie immer an aha hm ok 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 also ich habe zweifach sechsfach nicht alles doppelt aber du kannst gerne was davon haben vierfach hatte ich markiert ja das vierfach da das hole ich mir jetzt das zweifach wenn du es nicht brauchst du dich neben ja neben kannst du behalten nein nein ich behalte das meistens sowieso nur bis zu dem punkt ähm wo ich es brauche also es ist halt eigentlich eher so ich brauche es nicht von anfang an sondern ich spiele es halt wenn dann eher später ja dann spiele ich es jetzt später naja ich eigentlich komme ich nie dazu später weil ich ich finde die durchs die ansicht ähm vom zweifach nicht so schön mhm oh mein gott was es hier noch alles gibt weil je je kleiner der radius wird ne oder die zone und so mehr kann man ja darauf verzichten auf so ein zweifach sondern da kann man ja dann also ich spiele es tatsächlich weil ich das schöner finde wenn die gegner ein bisschen größer ne ein bisschen näher dran gezogen sind deswegen spiele ich dann gerne das zweifach früher habe ich gerne das dreifach gespielt aber wenn wieder zurück zum zweifach wobei ich wieder öfters mal das zu dem dreifach greife ähm und irgendwann ab irgendwann ist es halt dann nicht mehr notwendig ne also wir hatten hier ein motorrad ich weiß ob du das schon gesehen hast äh am eingang ne ich bin jetzt hier mal hochgelaufen ich habe jetzt noch eine Vektor gefunden aber ich habe nur eine M16 als ja für Long Range ich habe eine ja doch die ist okay für Long Range kannst du die auch auf Einzelfeuer stellen und dann hast du eine ziemlich starke die wurde nämlich jetzt auch wieder ähm besser gemacht ähm Kompensator habe ich hier für SR Kompensator SR äh möchtest du? ja hier ist eine Mini willst du lieber eine Mini spielen? nee mhm weil ich überlege ob ich sie nehme dann hätte ich hier eine SLR ja ich spiele lieber die Mini dann droppe ich die SLR dazu eine Wange hier ist noch eine Auge und nee ich bin jetzt ich komme jetzt nicht mehr zu dir zurück wo bist du denn Arsch der Welt? na nur so einen Meter weiter einen Meter guck mal die Zone kommt ich hole dir das Moped wir haben es schon wieder wir haben es schon wieder getrödelt ja ist so oh traust du dich mit mir auf Motorrad? ich mache die Augen zu okay derzeit loote ich hier nochmal ein paar Drinks ist noch ein Vierfacher, aber du brauchst nicht mehr, ne? geil ja das ist das coole an den MPs, ne? dass man sie quasi vom so aus der Hand vom Motorrad aus ich bin jetzt relativ ruhig ich bin jetzt relativ ruhig ja ja ziehst du gleich durch, oder? das ist richtig unangenehm das passiert mir aber häufiger beim Streamen ich esse meistens davor dann irgendwie streamen so 4-5 Stunden und dann habe ich Knast das ist nicht so geil kann man sich überlegen hungrig ins Bett, oder? ähm was so kann ich nicht zielen das hat mir gerade ein Backflip gemacht ja ich habe es nicht gemerkt, weil ich was zum Manker ich hoffe, dass das hier frei ist die Türen sind offen ich würde mich hier gerne einziehen ooooh nicht gut zumindest vor dem Turm waren die Türen offen wollen wir absteigen jetzt? was machen wir jetzt? ich weiß es eigentlich, sag nicht was ist da für die Zone? ach so bitte noch ja ja, weil ich gerade so nicht mehr wirklich wusste wo wir wo die Zone aber wie du? rechts, links rechts, links ich sehe das gar nicht aber wir können hier noch gucken, ob was ist sieht zu aus, ne? wir könnten hier auch einziehen ja, hier ist keiner so ich hoffe, ihr habt das Reisen mit der mit der mit der Reisegesellschaft verliebt du weißt jetzt muss es mal in die Ecke gehen oh come on ist echt ne Frechheit ist der Magen definitiv leer ja oh, ich hab was im Auge noch ein Vierfach ne Träne ne Träne ne, ich glaube es ist irgendwie ein Fussel oder eine Wimper nicht genau Dreifach Jiffa was? mörser jeden Fall oh hinterm Haus ist einer gerade geschlichen hinterm Haus sind Gegner aber wieder geschlichen ist es ein Bot also nicht ein Bot, es ist ein Mensch aber es ist kein starker Spieler äh, der ist jetzt hier auf der Seite vom Haus er hat irgendwo noch ein Teammate oh, ist der, sein Teammate ist oben im Fenster tot Fenster tot? ja, beide tot beide? mhm ach, ich krieg schon wieder nichts mit hier du sagst aber nix doch, ich hab doch die ganze Zeit markiert hä? ja, aber du sagst ja nicht das, nein du sagst ja nicht, dass er tot ist ich dachte so, okay jetzt geht die Action los und dann sagst du ja, er ist tot what? wo war ich? oh, Auto kommt ja wir kriegen Besuch das ist ja ein tolles Haus hier ja, ne will ich ja auch scheiß Zaun ey hab ich den Zaun angeschossen der hatte hier ne K die kommt zurück oh, ich hasse diese Fenster mit dir ich weiß, das ist mein oh, ich hab mich gerade erschrocken der Typ, der Tote ich bin schon echt mach's mich mach's mich wahnsinnig ich versuch die ganze Zeit hier nachzuladen du krieg's nicht auf die Kette ich hab keine Munition jetzt hier geladen von dem Scheiß ich renne immer noch mit egal was denn, was ist denn? ich renne mit 5, 6 herum und versuch die ganze Zeit 7, 6, 2 zu laden oha und was brauchst du jetzt für ein Huni? nix, alles gut aha okay senile alter Mann wer nicht ich hab nachgeladen ja toll, hier lag's auch ach, denk ich so, kann ich jetzt hier mal meinen Klimbim loswerden? ich hab noch einen Kompensator AR für dich ja, gerne hier, ihr persönlicher Bringedienst wo sind sie? hier bitteschön oh, nee äh, das Zweifach du willst behalten du willst es ja gleich ich hab ein Dreifach nee, nee du, ich lebe nicht so lange um das einzusetzen ach, hier ist der gut, dann nehm ich ja dann nehm ich das für dich mit ja, der hat hier durch das Fenster geguckt so auf mich da auf der ich war auf dem Garagendach der hat nur voll viele Getränke ja, ich hab aber auch super viele und hier liegt der andere hast du den anderen gelootet? den hab ich unten gelootet, ja, ja der hat auch einen Zweifach kannst du doch das Zweifach nehmen äh, Zone Zone, Zone, Zone ja, ja, ja äh, Auto auf Nord wir müssen los ja, 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 ja jetzt ja auf Nord was, jetzt, wo? nee, wir müssen jetzt los oh 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 Auto auf Nord-Ost Nord-Ost äh, ich hör's, ich hör's äh, Zone ja sagt er ja wir müssen jetzt los äh, ich bin in der Zone ach, du bist schon in der Zone oha, Fuchs wenn jetzt, dann jetzt ähm, pushen wir hier runter was denn? no, 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 no die haben stress könnten müssen eben gesehen ich habe gesehen weil sie ja stress haben drüben das verstehe ich nicht steht am baum macht sperrfeuer kannst du in den baum kommen ja aber das müsstest jetzt los damit mich holst aber das schafft wahrscheinlich ja aber das andere spielt ja keine rolle ich hab's versucht alles gut alles gut alles gut alles gut aber es passiert öfter so eine sekunde die stehen jetzt bei der oben dort es schmeißt smoke schade ich beide bekommen ich dropp hier trotzdem ein bisschen weiter runter ist alles offen hier ja eigentlich jetzt da oben ja jetzt laufe ich halt voll ins messer hier geht's aber guck mal ist raus aus der ranch die haben da oben definitiv noch puls so ist nicht ja da ist ein drop ich habe Angst dass da in der shooting range noch irgendjemand ist ja ja das steht schon auf hier raus ist halt was selbstmord ja ich würde tatsächlich über oben versuchen komplett also hier würde ich nicht doch komplett wieder hoch ich denke schon mal wo willst du denn nach unten das ist und was ist das für ein auto kannst du mal rein so man das auto moment nichts zu sehen versuch mal vorne an den stein zu kommen ja an die den unteren vielleicht ja wobei dann können sie für dich von unten ja das ist sowieso echt eine schlechte hier wirklich er muss noch ein stein weiter wahrscheinlich markieren den und oberen stein oder den unteren ja aber den oberen markieren trotzdem den oberen einen der oberen stand markieren ok da ist auch nicht mehr wirklich in der zone den habe ich nicht gesehen ich habe ach je ok von unten hoch gepusht naja ja es war auch klar dass da unten noch jemand steht und da sind sogar noch welche weiter unten alles voll da unten und gar nicht beschossen von oben oder sonst irgendwas da ist niemand mehr hätte ich auch hoch retten können ja wer weiß vielleicht auf die anderen auf der anderen seite die mit dem wir uns vorher halt hatten dass die genau dann ach da drüben sind auch noch zwei ja ja deswegen ach hey je uff weit sehr undankbar die zone wäre auch richtig blöd für uns noch geworden werden komplett oben lang gehen müssen da wo die eigentlich gestanden ja genau das habe ich ja also das war auch mein mein gefühl so wo kamen wir denn hier wir waren doch hier drüben im prinzip und am ende ne ne wir waren sogar in dem linken stimmt wir waren sogar hier ja 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 wir hatten ja und hier waren sie aber gewesen irgendwo ne genau ja und dann mussten wir uns hier so droppen lassen ja das war doof das war doof naja aber versucht ja deswegen ich hätte ein bisschen früher noch rennen müssen aber gut hätte ich dich vielleicht nochmal hochheben können ja es ist halt auch ein kleiner baum also es ist auch mal schwierig ob du da noch irgendwo mal raushinkst mit dem Hintern oder so ja ah da siehst du die leute sind eingespielt der eine geht der eine pusht bis ran der nächste schmeißt die rauchgranate da sind schon ein paar gamer unterwegs absolut aber es war okay ich hätte jetzt gedacht dass es schlimmer wird ne wir haben uns da eigentlich ganz gut verkauft irgendwie noch ja wobei okay die die duo ähm lobbies sind jetzt nicht so hart wie die squad lobbies ja du kannst halt auch mal schnell noch in ein anderes duo reinrennen ne das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht obwohl naja gut die zone rennt halt aber jetzt ist das eh tot lol was ja ok ja na gut ich mache jetzt feierabend es hat sehr viel spaß gemacht es war ein sehr schöner abend das war cool das machen wir nochmal ja gerne auch zu viert war sehr lustig gewesen ja war spaßig auf jeden Fall ja